Es sieht direkt kacke aus, man. Es sieht direkt kacke aus. Servus meine Freunde, ich melde mich jetzt auch mal wieder zu Wort in diesem Video. Gestern hatte ich ein paar Termine, habe ich ein paar Leuten die Haare geschnitten, habe dann auch noch angefangen ein kleines Video zu machen, und zwar wie ich einen Song aufnehme, den ihr jetzt zufällig gerade schon zum Teil gehört habt, zumindest die Skizze davon. Jetzt geht es ein bisschen shoppen im Wertheim Village. Mal schauen, ob man da vielleicht noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk finden kann. Vielleicht später noch essen gehen, I don't know. Viel Spaß mit dem Video. So, frühere Arbeitskollegin gerade im Watch, keine Ahnung wie das heißt, getroffen. Und jetzt nochmal einen kurzen Abstecher zu meiner alten Arbeitsstätte, Puma. Im Village war damals auch eine sehr, sehr coole Zeit. Ganz typisch befinden wir uns jetzt wieder hier in der Unterwäscheabteilung. Ich sag ehrlich, die sind schon krass eigentlich. Woher soll ich jetzt wissen, welche Cola welche ist? Ob light oder ob... Schmecken. Probier es mal jetzt. Das schmeckt man direkt. Probi oder was? Das erste Mal für mich, dass ich einen Salat esse im Mac, Digga. Ein Fazit zum Salat ist absolut nicht geil. Das sieht auf jeden Fall viel besser aus. So, meine Freunde, ich melde mich jetzt auch mal wieder. Ich bin auf dem Weg nach Miltenberg, um mich dort mit einigen Arbeitskollegen zu treffen. Und wir fahren dann alle zusammen nach Meinerschaft in die Soccerhalle. Vielleicht kann ich euch da ein paar Clips zeigen, wenn die Jungs damit einverstanden sind. Und spiele ein bisschen Fußball. Heute Abend geht es dann nach Würzburg ins Kurt. Wohin auch sonst? Mit Arbeitskollegen und ein paar Ladies. Ich geh raus mit den Jungs, wir sind down, wir gehen dumm. Ja, wir machen, was wir wollen, sind die ganze Nacht aufs Uff. Ja, wir machen, was wir wollen, sind die ganze Nacht aufs Uff. Ich geh raus mit den Jungs, wir sind down, wir gehen dumm. Ja, wir machen, was wir wollen, sind die ganze Nacht aufs Uff. Fünf zu dicht, der eine Kotz, letzte Mische weggepumpt. Ey, der Abend. Ich hab das Bier, Eisbauer vergessen, jetzt darf ich nicht. Jawohl, ordentliche Mische. Das war's für heute. Ich komm in Kanaden Ich hab Travalli Und Technos World Die Jigs rollen zu mir Doch ich hab das gewollt Wir sind um vier Spannung von Sachen Drapbabys tanzen Ich komm in Kanaden Denn jetzt in Kna civil Okayer Die Jews Ich hab das hot 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 ver Das ist das shit, I don't like Sneak, das ist das shit, I don't like Don't like Don't like Me at the top, right there, I'm doing 80 Oh no, I can talk with y'all Fuck, shit, bitch Just a question See how I'm going, cause I'm really with the shit Mein Herz ist kalt, ich frag mich grad Warum ich aufgestanden bin Ich decke mich, schau aus meinem Fenster Und suche nach dem Sinn